Hallo und herzlichen Glückwunsch zu deinem Status-Set. Ich möchte dir dein Status-Set jetzt einmal präsentieren. Auf der Rückseite steht einmal der ganze Inhalt beschrieben. Und jetzt machen wir den Karton einmal zusammen auf. Eine sehr elegante Verpackung. Lässt sich wunderbar präsentieren. Hier holst du deine ätherischen Öle raus. Und dann gibt es hier hinten einen Aufsteller, so dass du deine neuen Schätze wunderbar präsentieren kannst. Deine ätherischen Öle. Ganz wichtig ist auch die zweite Etage. Darin befindet sich das Stress-Away als Extra-Öl und das Orange-Plus-Öl als Nahrungsergänzungsmittel. Der schöne Roll-On-Aufsatz. Damit kannst du deine ätherischen Öle direkt auf die Haut auftragen. Und die Apfel-Fläschchen, wenn du die Ölproben gerne verschenken möchtest, an deine Liebsten. Das Ninja Red ist dabei. Das Getränk mit der Wolfsbeere. Und die Visitenkarten mit Beschreibung der einzelnen Öle. Jetzt kommen wir schon zum Diffuser. Die nimmst du auseinander, indem du beide Kegel anhebst. Der wird befüllt mit maximal 150 Milliliter Wasser. Und dann nimmst du dein Wunschöl, mindestens vier Tropfen. Ich nehme mittlerweile schon mehr. Ich brauche es ein bisschen geruchsintensiver. Genau. Und so probierst du dich durch mit deinen Ölen, mit deinen Liebsten. Und wichtig ist auch noch die Reinigung des Diffusers. Nach jedem Durchlauf, nach jedem Verniedlungsdurchgang, nimmst du ein herkömmliches Küchentuch und wischst es einmal ordentlich aus. Was ich auch empfehlen kann, ist, in regelmäßigen Abständen immer wieder einfach nur Zitrone in den Diffuser zu geben, weil die Zitrone auch stark reinigend ist. Und somit säuberst du deinen Diffuser auch von selbst. Viel Spaß mit deinem Starter-Set.